ich habe schon vor längerer zeit mal jetzt weiter geht dafür weil es sehr interessant ist sehr cool nice new game continue extra squid new game say hello to the neo it's been many years signs severe opener to our brother yes enter so your name is alfred cortez oh yeah that's your name well here are some tips before you start on your night shift use the jammer on a close image right and then they'll go away flashing away an electronic that's in the air vent and the puppet behind you well i guess that might be it i'll see you when you're at the pizzeria but i won't be contacting you when you're on your night shift bye cool gameplay controls control flashlight shift button flash space turn around what really we know him right and see you really we are not here nice very nice great i love it cool gefällt mir ist glaube ich die full version wenn mich nicht alles täuscht und ich werde auf jeden fall weiter spielen die zwei kann mir schon aus 590 jenzen 590 jenzen 590 jenzen i play the game i play the game to be light to be light to be light oh use jammer what the hell jesus ah wir müssen ehrlich ich darf nicht wenn wir nach unten gehen ach wie geil sie sind immer noch hier nice das geht wow cool last side maintenance light power깃 alles klar ich habe ich habe sie sind immer noch hier oben und nicht vergessen kommentare schreiben wie es euch gefällt ob das was für euch ist ich bin es sind nur die zwei oh no she is coming Jetson ist hier oder ich 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 I don't know his name I bet I like it oh oh no really ah ja ist da hinten man braucht nicht zu viel Energie sie noch im dining room also vom vom design her cool gemacht sie wird sie wird auf jeden fall von rechts kommen wie im ersten teil wie in part 1 oh no da oben seht ihr wo meine fresse ist hier party room ja sie sind beide noch hier 4 am nice gefällt mir ich bin ich bin begeistert ich bin echt begeistert von der atmosphäre von von der gestaltung von von allem ein wirklich gutes game good good job my friends good job wie Die erste Nacht scheint noch ruhig zu sein, weil wir haben jetzt gleich 5M und dann mal schauen ob sie sich noch weiter bewegen, die 2, die mich verfolgen. Was? Was the hell? Was? 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 Nein! Sie kam von links, sie kam von links, sie kam von links. Oh nein! Was hab ich gesagt? I love it, I love it! Ich wollte ja jetzt eigentlich, ich hab gedacht, oh ja, das sind 5 Uhr, die kommen ja gar nicht mehr. Aber so schnell kann es gehen, ne? Dann denkst du, oh ja, bist du hier richtig auf der Safe Side? Ja, von wegen, Rossi, da hast du mal mit deinem eigenen Knie geschossen, ne? Nice! Ist sowas gemeines, oder? Ja, frech hier, oder? Ja, aber wir wissen ja, also sie kommt von links und er wird dann von rechts kommen. Ja, ich hab halt gedacht, sie kommt vielleicht von rechts, weil sie war ja auf der rechten Seite, mehr rechts. Aber so kann man sich täuschen, ne, in den Figürchen. Hau mal ab! In der Hoftung, dass man wenigstens die erste Nacht überleben, ne? Weil ich nehm jetzt schon neun Minuten auf und hab jetzt halt schon... Aber echt cool! Vor allem das gefällt mir. Und hier müssen wir den... Warum hab ich aber hier keinen Jammer? Warum hab ich nur auf dieser Seite den Jammer? Why? Wenn er jetzt von rechts, wenn einer von rechts kommt, langt dann nur Licht? Oder muss ich dann auch auf die linken Seite und auch jammen? I don't know. Sie sind aber beide noch oben. Noch sind beide oben. Echt cool, echt cool. Nice, 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 nice. Sie kommt wieder. Und gleich kommt er auch hier rüber. Es ist schon gemein. Es ist gemein. Aber echt... Echt, echt nice, echt nice. Was ist rein. Uhh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017